Der Sunslice Zenith Solar Backpack bietet geräumige Taschen und besitzt ein integriertes Solarpanel, um unterwegs Powerbanks oder Handys aufzuladen. Wie gut das in der Praxis funktioniert, schauen wir uns heute an. Der Rucksack hat ein geräumiges Hauptfach und zwei Seitentaschen. Außerdem hat der Rucksack zwei geheime Taschen. An der Rückseite ist das Solarpanel angebracht. Das 8 Watt starke flexible Solarmodul ist direkt in den Rucksack eingenäht und frei platziert, damit es jederzeit den Sonnenstrahlen ausgesetzt ist. Dadurch ist die Ladefunktion fast immer aktiv, wenn man sich draußen aufhält. Die CIGS Zellen sind sehr robust und fügen sich perfekt in das Gewebe ein. Durch eine spezielle Beschichtung verkratzen und verschmutzen die Zellen nicht, damit die Aufnahme der Sonnenstrahlen nicht gemindert wird. Sowohl der Stoff als auch das Solarpanel sind wasserdicht. Deshalb eignet sich der Rucksack für alle Arten von Reisen, auch in der Wildnis. Der Zenith Solarbackpack von Sunslice ist hervorragend geeignet für längere Reisen, bei denen nicht immer eine Möglichkeit besteht, die Akkus seiner mobilen Geräte aufzuladen. Die Energie des Solarpanels kann man über einen innenliegenden USB-Anschluss oder einen an der Außenseite des Rucksacks liegenden USB-Anschluss nutzen. Durch das Anschließen einer Powerbank lässt sich die Energie des Solarpanels speichern. Das Solarladegerät bietet eine der stärksten Leistungen, die auf dem Markt erhältlich ist. Bei guter Sonneneinstrahlung geht Sony die Energie aus. An dem Solarpanel lässt sich jede handelsübliche Powerbank anschließen. Am besten funktionieren aber Powerbanks aus der Sunslice Gravity Serie. Über den externen USB-Anschluss kann gleichzeitig ein mobiles Gerät angeschlossen werden, um direkt die Energie aus der Powerbank zu nutzen, während diese weitergeladen wird. Neben den geräumigen Haupttaschen hat der Rucksack versteckte Geheimtaschen in der Rückenpolsterung, in denen man wichtige Objekte vor Diebstählen schützen kann. Der Sunslice Zenith Solar Backpack bietet viel Platz für Objekte und liefert durchgehend Energie für alle akkubetriebenen Geräte. Deshalb eignet er sich perfekt für Reisen aller Art. Untertitelung des ZDF für funk, 2017